Reksa gegen Garrosh Sieg oder Tod, lasst die Jagd beginnen Genau, und wir jagen jetzt wieder den Moppe Hallo Moppe Hallo Fethi Erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone Ja, wir spielen jetzt gerade Jäger gegen Krieger Und, ähm Ich habe mein Deck für einen Jäger nicht gemacht Ich habe kein Jäger-Deck Ich hoffe aber einfach mal, dass das klappt Oh, so ein scheiß Merlock, Alter Ich hasse diese Viecher Das ist seine Achso, er haltet zwei Rüstung Diese scheiß Merlocks Aua Ja Ja, auf die Fresse Zack Hey Den habe ich noch gebraucht Gibt er sich erstmal fett zwei Rüste in den Arsch Ja, Mann Ja, Mann Ja, jetzt hast du Probleme, mein Freund Das war's Ja, komm Klar Geht nicht Sport Arsch Hast du ihn winseln hören? Ja, Mann Ja, warum hast du ihn getötet? Er war noch so Er war noch so jung Kannst du mal aufhören damit Nein Mich direkt anzugreifen Das ist feige, was du machst Ja, nehmt das So In die Fresse Das Ding Ich greif das da an Anna hat sich doch endlich entschieden Ja So, nach der Fresse habe ich noch Zeit Und danach fahre ich eingraufen Nein, ich muss also Reifen wechseln Scheiße Dann schon Ich greif das da noch die Karten Nein, ich habe mir eine angegriffen Ich sollte mir eine anschauen Und Sollte mir die anschauen Und durfte dann entscheiden Welche ich Behalten darf Das war's Ergibt sich immer noch die Rüstung Ergibt sich's Er hat einfach noch den Murloc nur noch da liegen Er hat fünf Karten auf Wart Und weiß nicht, was er legen soll Was kommt jetzt Wie Du hast jetzt deinem Befreundeten Also du hast jetzt Martin Das hätte ich jetzt vielleicht Ja, hättest du vielleicht einen legen sollen Und dann den Wie gesagt, ich spüre es Ich muss die Folge noch strecken Hallo, die läuft gerade mal vier Minuten Wach, wach da jetzt Was jetzt? Oh 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 was denn jetzt sieben leben ich habe sieben angriff gott ich habe meine richtig ich habe eine richtig geile challenge fürs nächste mal die erkläre ich dir gleich mal auf screen jetzt geht moppel in den angriff ja und mal der gräufer ja oh wenn du jetzt mein 72 damit angreifst das wäre clever er ist aber auch tot ja und er ist überall tot aber dann hast du den 7er tot ich muss die zeit strecken deswegen ich mach dich einfach jetzt seelisch ein bisschen kaputt ich versuche dich jetzt mit effekten zu töten wir sind geöffnet guck zack und zack ja mein kerl und hat einfach 11 angriff wow und jetzt greifst du mit dem einen mein spot an alter und dann hast du freie bahn ich greif dich nicht an ich habe gesagt ich mach dich fertig mit äh mit effekten außer es wird mir so langsam zu eng ich werde ich überall selber sterben war nicht da okay so langsam kriege ich jetzt ein bisschen angst weil du jetzt doch so viele karten legst und ich keinen sport mehr haben jetzt hat eine kurze folge ich weiß nicht klappt das ja zack 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 wie ich es gesagt habe ich mach dich fertig mit okay äh für die nächste folge habe ich mir jetzt was richtig geiles ausgedacht das werden wir mal anders machen die folge ist jetzt ein bisschen kürzer ähm aber ich würde sagen trotzdem danke ich fürs zuschauen Mathe des unten links in der äh unten links unten in der Videobeschreibung fairer link da könnt ihr vorbeischauen und dann würde ich sagen haut da rein und ciao ciao ciao